Es sieht aus wie ein Schiff, aber es ist eine Reflexion des Eintunnels. Die Nilo ist auf der Entrance des Eintunnels gebaut, in der Mitte der Stadt mit Amsterdam Nord. Links sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des Eintunnels darstellen. Das Nemo wurde auf dem Eingang zum Eintunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum mit Amsterdam Nord verbindet. Deine Konstanz von Eingang